Ich möchte erreichen, dass alle Menschen mit Behinderung, so wie ich, wenn sie zum Arzt gehen oder wenn sie im Wohnheim sind oder egal wie, die selber entscheiden, wie sie leben wollen mit ihren Möbeln, dass ich selber entscheiden kann, was ich für Sachen habe, was für Kleidung und ich mich kaufen will, nicht, dass die Betreuung sagt, nein, das passt nicht zu dir, kauf dir lieber was anderes. Das ist meine Entscheidung, wie ich leben möchte und so. Und welche Möbel ich habe, welche Garnitur, welche Gardinen und so. Das ist mir wichtig, dass jeder Mensch entscheiden kann und nicht über unseren Kopf nicht weg. Ich habe es ja, wie ich schon sagte, dass man nicht über den Kopf entscheiden, wenn ich zum Arzt gehe, dass, wenn ich jetzt Hilfe brauche, man sagt zu denjenigen, kommst du mit mir, damit ich es nicht so verstehe, dass der Arzt mir berichten tut, aber ich soll derjenige sein, der reden tut, nicht die Person, die mit mir geht. Wenn ich für mich selber reden will und nicht die Person, die mit mir geht, auf deutsch gesagt, ich bin derjenige, der den Arzt verstehen muss. Ich habe nur jemanden, der mich dann beistet, zum Beispiel. Natürlich bin ich die Person, die mir das geht. Ich soll reden, nicht die Beleidversorgung. Ja, ob er sich willkommen hat, ob er da oder was ich von der Krankheit hat. Ich weiß, was ich will, den Weg. Es soll über meinen Kopfdinger entschieden werden, nur mit mir entschieden werden. Ich weiß, was ich will, den Weg. Es soll über meinen Kopfdinger entschieden werden, nur mit mir entschieden werden. Gut. Und der Weg. Ich weiß, was ich will, den Weg zu gehen. Vielen Dank.